Hallo, 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 hallo? Ich spiele euch so lang ein schönes Lied vom kleine Nabelo Der hat keine Haaren und auch keine Schuhe Der steht da rum und hat seine Ruhe Er spricht kein Ton und kann nicht bocke Wenn er jetzt tut, bei dem wird er ich bocke Der friert schnell ein, der rutscht die da aus Und ich wollte hier auf meinen Applaus Was soll das denn jetzt hier? Ist das hier normal oder was? Ist das normal oder was hier? Ja, das stimmt Oh, Entschuldigung Oh, sauber Oh, jetzt Herr Autor, das was ich gerade meinte Mein Kopf sagt gerade, dass ich nur noch drei Bar habe Ja, alles gut, ich weiß Warum? Das ist normal, das ist normal Achso, ja Außerdem hat dein Kopf sowieso nur ein Bar Du F***er Bei mir auf jeden Fall nicht, ich weiß nicht was mit der Leute los ist Hallo Ah, der rennt weg, der rennt weg, der rennt weg Boah, lagst du bei der Polizei, ne? Mit seinem Akzent Bei mir mal eine Merchensie, was kann ich nicht helfen? Ich habe für sie einige weitere Unterkungen durchgeführt Sieht aus, als wäre der Name des Geistes KD Ginkt Entscheint zu wohl Auf Gruppenmeister Europäer und der eine Standort Besprechen sie die Namen des Geistes aus Und vergessen sie nicht ihre Beweise auf die letzten Seite zu mir Aber Also Ich habe für sie eine gewisse Unterkungen durchgeführt Also ich spreche, wir brauchen Räucher und Städte Wir brauchen Bewegungssensoren Wir brauchen Bewegungssensoren Ähm Und wir brauchen Geistes Zutaten unter 25% Was ist da jetzt? Was ist das? Ja Hallo Jungs, was macht ihr denn da? Das ist Flash Mob Stopp Und nochmal Und nochmal Und nochmal Ey Julian Was? Alter, was mit deinen Augen? Was ist dir gefallen? Ich raus Boah Mach Ich hab dir da Boah Ich hab dir da Das machte den Billy spitz und geil. Ist das dein Ernst jetzt? Ist das dein Ernst? Kann ich jetzt nicht hier hinchaffen? Du dreckst da, Alter. Wer bist dich? Jetzt gehts richtig ab hier. Ich feier das so hart. Guck mal, der Marco steht wie der lebe Käpt'n. Wie geil.